Hier ist die Milei. Hi. So ihr Lieben, wir spielen Don't Wake That. Genau, unser Ziel ist es in der Nacht ohne den Papa aufzuwecken, in die Küche zu kommen und den Schokoladenkuchen zu holen. Derjenige, der als Erste da ist, hat gewonnen. Dafür haben wir so eine Drehscheibe anstatt einem Würfel. Da steht drauf auf welche Felder wir gehen dürfen. Wenn man dieses Feld hier betritt, das heißt vor den Spieler darf man sich vor dem anderen Spieler stellen. Wenn man Plus hat, darf man sich eine Karte von dem anderen klauen. So und dann gibt es natürlich hier diese Karten. Und diese Karten hier sind die gleichen wie auf dem Spielfeld. Das sind so genannten Joker. Das heißt, wenn man diese Karte hat, wenn man auf ein bestimmtes Spielfeld kommt, dann hat man Glück, muss man nichts machen. Wenn man es nicht hat, muss man dreimal hier drücken und dann den Papa weg. So, wir spielen jetzt einfach drauf los. Wir müssen natürlich den Papa einschalten. Ist ja ein elektronisches Spiel, deswegen sind da zwei AA Batterien nötig. Unser Papa ist übrigens auch ein Bauchschläfer. Der spielt genauso wie der Robot. Der schnarrt. So Miley, wer fängt an? Der jüngste Spieler fängt an. Miley. Ach, soll ich anfangen? Okay, diesmal der Älteste. So, ich habe gedreht. Gelb. Ha, gelb. Ich bin grün, oder Miley? Ja. So, grün. Komm auf. Ich habe es. Nein. Ich habe den Joker. Das heißt, ich muss gar nichts machen. Jetzt bist du dran, Miley. Jetzt darfst du drehen. Dreh mal. Grün. Grün. Miley hat auch grün. Ich habe die Tür nicht. Jetzt geht Miley mit ihrem roten Ding da auf grün. Was ist das? Eine Tür, die hat sie nicht. Die Tür habe ich. Also einmal drücken. Oh, yeah. Der schläft immer noch. Hast du aber Glück. Jetzt dreh ich. Ui. Ich darf ein Feld vor Miley. Das heißt? Wie grün? Ja. Also ich bin eigentlich schon. Also gibt da gar nichts. So Miley, du bist dran. Hä, jetzt dreht sie nicht. Ich dreht sie schon. Ich Miley hat die Töpfe. Joker. Okay, dann bin ich jetzt dran. Sonst muss ich nicht drücken. Das ist ja echt spannendes Spiel. Gell. Gell. Ich bin ja schon auf Geld. Ich muss auf den nächsten. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Affe, wo man drauf drückt. Nein. Nein, ich habe es nicht. Drei Mal. Drei Mal. Eins. Zwei. Nein. Ich habe ihn nicht aufgeweckt. Ich habe ihn nicht aufgeweckt. So Miley. Ich glaube, ich wie ein... Ja, der dreht sich ja nicht. Also. Äh, ist noch blau. Blau hier. Safe. Das heißt, du musst nichts machen. Hast du Glück. Safe, safe. Ich bin dran. Richtig lustig das Spiel. Orange. Oder rot. Was ist das? Was? Da fällt eine Vase um. Ich habe sie. Ich habe den Joker. Ich brauche es nicht machen. Ha, ha, ha. Du darfst ein Feld von mir? Käse? Hast du? Oh, die hatten tatsächlich. Das gibt es doch nicht. Ich weck den Papa aber nicht. Ich habe ein Plus. Miley? Du darfst. Ich darf mir eine Karte von dir nehmen. Nein, Mama, bitte. Du bist mein Glück. Sei einfach ruhig. Ich will sie mir jetzt einfach mal aus. Was habe ich denn nicht? Was kommt denn? Ich nehme mir ein Teddy mal von der Miley. Ha, ha, ha. Mami, du bist doch mein Schatzi. Ich bin dein Schatzi. Aber ich will den Kuchen haben. Aber ich. Schlaf. Ja, fein schlaf. Plus. Plus, plus. Du darfst. Du gibst ihn jetzt wieder. Ich will nichts von mir. Nein, nein, nein. Du musst nichts machen. Achso. Ähm. Was brauche ich denn schon da? Dein Handy habe ich? Das habe ich schon da? Nein, das brauche ich. Toll. Toll, 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 Toll. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Bin ich dran? Grün. Wo ist denn Grün? Ach, du Schande. Das heißt, ich muss nichts machen. Aber wenn ich hier oben bin und Miley auf ein Aktionsfeld kommt, was sie nicht hat, den Joker, und den Papa aufweckt, bin ich mit draußen. Schön. Also Miley, versuch bitte Irgendwas, wo du den Papa nicht aufweckst. Gelb. Der Papa schläft immer noch fliegelig. Gelb. 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 Der ist da. Nein. Oh, oh. Oh, oh. Wir haben den Papa immer noch nicht aufgeweckt. Wir sind halt sehr leise. Schlappen. Ich darf ein Feld vor dir. Und das ist, was ist das? Goldfische. Na, 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 na. Na, 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 na. Jetzt da. Brot. Daher muss ich zu dir, oder? Ja. Wie viel ist das? Vier! Also, eins, zwei, drei. Ah! Oh, nee. Schneider! Schrei doch nicht zu. Bin ich in den Schrank. Also, Miley. Cool, dann guck. Schlau. So. Zurück, 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 zurück. Damien muss ich weiter. Ha, ha, ha. Ich bin jetzt dran. Ich bin jetzt dran. Du darfst zweimal dich durch. Ich darf vor Milet einfällt. Tritt nicht ein, weil Milet ja hinten ist. Milet, du bist dran. Mann, den hab ich doch mal gescheit. Gelb. Hast du's? Das hab ich's nicht. Hast du nicht? Oh, das hab ich nämlich zwei, drei. Ich glaub, ich hol mir den Schokokuchen. Wetten? 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 Gelb. Nächste, gelb. Drei. Hallo, ich bin doch in der Haut. Ach so. Entschuldigung. Okay, gelb. Nein. Eule. Wo hab ich die? Ich hab sie. Ich hab sie. Eule, was ist das? Egal. Ich hab den Schokokuchen. Mann, du brauchst noch eins, zwei, drei, vier, vier, fünf. Ich hol mir den Schokokuchen. Nein. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ach so, wenn ich auf den Feld komm, den hast du? Ah, exports mine. Grünen, Milet? Hлин, fannst du hier? Grun. Milet hat den Joker. OK, dann bin ich wieder mal dran. Papa schläft, schlaf gut hier. Wir wecken dich nicht. Wir sind ganz, ganz leise. Mmm, das ist jetzt zwischen Orange und Plus. So lair Orange nehmen. OK, dann eben hierher. Safe. Ich brauch nichts machen. Milet, du bist dran. Ah. Au, grün, Milet, grün. Nächste grün. Die ist da. Die ist da. Nein, bitte du nicht aufwägen, Mami. Jetzt wäre es gefährlich, wenn ich jetzt auf ein Feld komme, was ich nicht habe. Und Papa aufwägen, ist Milet mit draußen. Keine Ahnung, es wäre keine Zweite. Ein Grün habe ich. Das geht, ja. Den habe ich zum Beispiel nicht, den hat die Milet. Also, wie viel Mal? Vier Mal. Passt einmal auf. Die Milet fliegt gleich mit raus. Eins. Eins. Milet ist mit rausgeflogen und ich bin natürlich auch mit raus. Das kann ja ewig dauern, das Spiel. Das ist ja gemein. Zwei. Wenn ich jetzt da hingekommen wäre, wäre ich hier vor der Milet gewesen. Hätte ich gewinnen können. Nein. Ich hätte vor dir hin dürfen. Das ist noch rot, Milet. Rot. Habe ich eh. Also kein Wunder. Macht mir nichts aus. Gewonnen, gewonnen. Bebebebebebe. So. Super, Leute. Okay, du belohnt dich. Milet hat jetzt den Kuchen gegessen. Mama, du belohnt dich. Guck, du belohnt dich. So, ihr Lieben. Wir sagen Tschüss mit der Gewinnerin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich finde ja die Torten. Ja, Milet hat die ganze Torte gegessen. Torte. Bator. Torte. Vielen Dank.